Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Spanart. In den letzten beiden Folgen haben wir über Werkstoffe und deren Zerspannbarkeit gesprochen. Dieses Mal gehen wir auf verschiedene Probleme bei der Drehbearbeitung ein. Wir schauen uns an, wie diese entstehen und gelöst werden können. Starten wir mit Vibrationen. Vibrationen können ganz unterschiedliche Gründe haben. In dieser Tabelle haben wir euch einen Überblick über die Ursachen und entsprechende Lösungsansätze aufgezeigt. Bei regelmäßig geteilten Schnittunterbrechungen, wie es zum Beispiel bei Zahngrenzen an Zahnrädern der Fall ist, kann durch die gleichmäßige Teilung das Werkstück aufschwingen. Hier hilft es, wenn das Bauteil großflächiger gespannt oder unterfüttert wird. Ebenfalls kann durch einen anderen Schnittgeschwindigkeitsbereich versucht werden, eine Frequenz zu finden, bei welcher das Bauteil nicht aufschwingt. Dünnwandige Werkstücke wiederum können wie Klangkörper wirken und ebenfalls bei entsprechenden Frequenzen aufschwingen. Um das zu verhindern, hilft es, mit der passenden Bearbeitungsstrategie zu arbeiten. Zum Beispiel kann zuerst der Innendurchmesser gedreht und anschließend mit Gegenspitze der Außendurchmesser fertig gedreht werden. Weitere Alternativen können das schrittweise Innen- und Außendrehen sein. Dabei wird abwechselnd und überlappend Innen- und Außen gedreht, um einen stabilen Bearbeitungsbereich zu haben. Den selben Ansatz verfolgt man auch bei einem einzelnen Finalschnitt, wobei eine besonders große Schnitttiefe genutzt wird, um an einem stabilen Querschnitt zu arbeiten. Aber auch hier kann die Frequenz der Schnittgeschwindigkeit einen großen Einfluss haben und entsprechend angepasst werden. Je länger das Werkstück im Verhältnis zu seinem Durchmesser ist, desto eher kommt es zu Schwingungen. Wenn nicht kürzer eingespannt werden kann, helfen Gegenspitze oder bei Bedarf eine Lunette, um für ausreichend Stabilität zu sorgen. Links seht ihr einen Schnittvorgang und das Ergebnis ohne Gegenspitze und rechts mit Gegenspitze. Auch die Maschine kann Schwingungen auslösen, gerade bei hohen Schnittgeschwindigkeiten oder wenn die Spindellager nicht mehr in bester Verfassung sind. Hier kann über eine reduzierte Schnittgeschwindigkeit oder reduzierte Schnittkräfte Abhilfe geschaffen werden. Werkzeugseitig können durch einen zu kleinen Einstellwinkel oder einen großen Schneidplattenradius Passivkräfte entstehen, welche zu Vibrationen führen. Das kann entsprechend mit einem größeren Einstellwinkel oder einem kleineren Schneidplattenradius reduziert werden. Links seht ihr einen Schnittvorgang und das Ergebnis mit einem kleinen Einstellwinkel, rechts mit einem großen Einstellwinkel. Gerade beim Innendrehen spielt die Ausspannlänge des Innendrehhalters eine entscheidende Rolle. Zuerst sollte der Schaft möglichst kurz und formschlüssig gespannt werden. Alternativ gibt es hier Vollhardmetallhalter und schwingungsgedämpfte Innendrehhalter, um auch besonders ungünstige Durchmesserlängenverhältnisse zu ermöglichen. Generell sollte natürlich jedes Werkzeug möglichst genau auf Mitte positioniert werden. Auch ein zu negativer oder positiver Spanwinkel kann Zug- oder Druckbelastungen verursachen. Hier kann eine entsprechend andere Geometrie helfen. Ebenfalls kann eine zu große Schneidkantenverrundung oder Schutzphase zu Vibrationen führen. Abhilfe kann entsprechend eine schärfere Schneide bringen. Auch ein zu großer Verschleiß kann Vibrationen auslösen und sollte entsprechend geprüft werden. Zudem kann ein zu groß oder zu klein gewählter Vorschub sowie eine zu große oder kleine Schnitttiefe Vibrationen verursachen. Hier sollten auf jeden Fall die Vorgaben des Herstellers beachtet werden. Schauen wir uns nun an, wodurch schlechte Oberflächenrauhheiten und Optiken entstehen und wie sie gelöst werden können. Sehr häufig wird eine schlechte Oberfläche durch eine Aufbauschneide verursacht. In den meisten Fällen reicht eine höhere Schnittgeschwindigkeit und Kühlschmierstoff, um das Problem in den Griff zu bekommen. Links seht ihr wieder das Negativbeispiel mit einer Aufbauschneide und rechts ein sauberer Schnittvorgang im Vergleich. Manche Werkstoffe neigen, wie in Folge 1 erwähnt, zu Scher- oder Reißspänen, wodurch teils schlechte Oberflächen entstehen. Dabei kann eine Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit, ein kleinerer Vorschub oder eine schärfere Schneidengeometrie Abhilfe schaffen. Auch ungünstige Spanformen, wie Band- oder Wirrspäne, können, wie schon einmal erwähnt, die Werkstückoberfläche zerkratzen. Dagegen helfen ein höherer Vorschub und Kühlmitteldruck, eine reduzierte Schnittgeschwindigkeit oder eine andere Spanformergeometrie. Beim sogenannten Spanhämmern schlägt der Span unter anderem auch die Werkstückoberfläche und beschädigt diese. Häufig reicht es dabei schon aus, die Schnittparameter etwas abzuändern. Bei Bedarf kann auch eine andere Spanformergeometrie oder ein anderer Einstellwinkel genutzt werden. Aufspannungs- und maschinenseitig resultieren schlechte Oberflächen häufig aus Vibrationen und Schwingungen. In dem Fall könnt ihr euch an unseren vorherigen Tabellen orientieren. Werzeugseitig macht es einen großen Unterschied, welcher Schneidplattenradius gewählt wurde. Mit einem größeren Schneidplattenradius können bessere Oberflächenrauhheiten gefertigt werden. In diesem Video seht ihr bei gleichen Schnittdaten den Unterschied zwischen links einem Radius von 0,4 mm und rechts einem Radius mit 1,2 mm. Auch durch Verschleiß der Schneidkante wird die Oberfläche mit der Zeit schlechter. In einem gewissen Maße ist das normal, dennoch kann hier der Verschleiß analysiert werden, um eventuell Optimierungen vorzunehmen. Werkzeugseitig können schlechte Oberflächen ebenfalls häufig aus Vibrationen resultieren. In diesem Fall könnt ihr wieder prüfen, was aus der ersten Tabelle in Frage kommt. Ein zu großer Vorschub kann ebenfalls zu einer raueren Oberfläche führen. Hier kann entweder der Vorschub reduziert, ein größerer Schneidplattenradius oder eine Wiper-Geometrie gewählt werden. Ein Problem bei Drehbearbeitungen kann auch sein, dass das Werkstück konisch oder zu Mitte hin größer wird. Hauptursache sind hier die Zerspannungskräfte, welche das Werkstück radial aus der Achse drücken. Je weiter der Schnittvorgang von einem Lagerpunkt bzw. Spannmittel entfernt ist, desto länger ist der wirkende Hebelarm und je weiter wird das Werkstück aus seiner Rotationsachse gedrückt. Ist das Werkstück lediglich im Futter gespannt, wird es mit zunehmendem Abstand im Durchmesser größer. Wenn das Werkstück zwischen Futter und Gegenspitze oder Lünette gespannt ist, wird es zu Mitte hin größer. Oftmals ist diese Abweichung so gering, dass sie vernachlässigbar ist. Besonders bei großen Durchmesser-Längen-Verhältnissen nimmt die Abweichung jedoch zu und kann problematisch werden. Hier sollte generell immer so kurz wie möglich gespannt werden und wenn nötig auch mit Gegenspitze oder sogar Lünette gearbeitet werden. Ebenfalls könnt ihr durch eine Reduzierung der Passivkräfte eine Verbesserung erreichen. Zum Beispiel mit einem größeren Einstellwinkel, kleinerem Schneidplattenradius oder schärferer Schneidplattengeometrie. Auch über die Schnittdaten kann hier viel erreicht werden. Positiv wiegt sich ein kleiner Vorschub, eine reduzierte Schnitttiefe oder eine höhere Schnittgeschwindigkeit aus. Neben all diesen Möglichkeiten kann jedoch auch ein Winkelfehler der Spindel oder des Gegenlagers, sprich Spannspitze oder Lünette zu einer Konig führen. In diesem Fall kann am besten der Maschinenhersteller die Maschine vermessen und entsprechend wieder korrigieren. Kommen wir jetzt zu Rundheitsproblemen. Beim Drehen wird dieses Problem hauptsächlich durch falsches Spannen verursacht. Es tritt meist bei dünnwandigen Werkstücken auf, wobei durch einen zu hohen Spanndruck das Werkstück verformt wird. Hier könnt ihr sehr schön sehen, wie unser Drei-Backenfutter das Rohr in eine dreieckige Form gedrückt hat. Das Problem wird häufig bereits durch eine Reduzierung des Spanndrucks behoben. Kann der Druck jedoch nicht reduziert werden, besteht die Möglichkeit mit Hilfe eines formschlüssigen Spannmittels, wie zum Beispiel ausgedrehten Spannbacken oder einer Spannzange zu spannen. Dadurch wird der Druck auf eine große Fläche verteilt, wobei das Werkstück weniger stark verformt wird. Auch durch Schnittunterbrechungen kann es zu Unrundheiten kommen. Dabei hilft eine stabile Aufspannung, niedrige Schnittkräfte und mehrere Schlichtdurchgänge mit abnehmender Schnitttiefe. In seltenen Fällen und auch eher bei großen Bauteilen kann auch der Verzug durch gelöste Eigenspannung des Werkstoffs zu einer Unrundheit führen. Hier hilft entweder ein spannungsarm Glühen des Werkstoffs oder ebenfalls mehrere Schlichtdurchgänge mit abnehmender Schnitttiefe. Bei Drehbearbeitungen treten häufig Probleme mit der prozesssicheren Fertigung von Passungen auf. Grundlegend ist eine solide Werkstücksspannung entscheidend. Der häufigste und normalste Grund für eine Passung außerhalb der Toleranz ist der Werkzeugverschleiß. Gerade hier sollten die Prüfintervalle und der Schneidplattenaustausch an die Standzeiten der Werkzeuge angepasst sein, um Ausschuss zu vermeiden. Besonders in der Serienfertigung ist es entscheidend, die richtige Schneidplattentoleranz zu nutzen. Damit wird sichergestellt, dass die Toleranzen sich nicht aufsummieren und sich innerhalb der Fertigungstoleranz liegen. Auch zu große Schnittkräfte können eine prozesssichere Herstellung von Passungen stören. Hier kann der letzte Schnitt als Schlichtschnitt gefahren werden, um eine hohe Wiederholgenauigkeit zu erreichen. Bei asymmetrischen Werkstücken zum Beispiel, Wellen mit Passfedernut, kann es je nach Drehzahl zu einer Unwucht kommen, was die Fertigung von Passungen erschwert. Dabei sollten nach Möglichkeit alle Passungen fertig sein, bevor eine Asymmetrie gefertigt wird. Kommen wir zum Problem der Gradbildung. Besonders bei weichen Werkstoffen kommt es vermehrt zu Gradbildung. Hier hilft es, mit scharfen Schneidplattengeometrien zu arbeiten. Dasselbe gilt, wenn Gradprobleme bei negativen Schneidplattengeometrien oder Schneidkantenverrundungen auftreten. Auch Schneidkantenverschleiß kann ein Auslöser dafür sein. Ebenfalls kann ein zu geringer Vorschub einen Grad aufwerfen. In diesem Video seht ihr, wie ein höherer Vorschub die Gradbildung verhindert. Links das Ergebnis mit einem zu geringen Vorschub und rechts mit einem erhöhten Vorschub. Aber auch, wenn all diese Lösungsansätze nicht reichen, kann über das Programm ein kleiner Radius oder Kantenbruch programmiert werden. Hier das Ergebnis im Vergleich. Links steht noch der Grad und rechts ein kaum sichtbarer Radius. Zuletzt schauen wir uns noch das wohl häufigste Problem beim Drehen an. Zu lange Späne. Insbesondere weiche Werkstoffe neigen durch ihre gute Verformbarkeit zur Bildung von langen Spänen. Dabei helfen meist ausgeprägte Spanformergeometrien auf der Spanfläche oder optimierte Schnittdaten. In diesem Video seht ihr, wie sich eine Spanformergeometrie bei gleichen Schnittdaten auszahlt. Links ein Schnitt ohne Spanformer, wo die Späne besonders lang werden. Rechts ein Schnitt mit Spanformern, wo die Späne wie gewünscht brechen und somit unter Kontrolle gehalten werden. Auch die Verwendung von großen Schneidplattenradien und kleinen Einstellwinkeln kann lange Späne begünstigen. Entsprechend sind hier kleinere Radien und größere Einstellwinkel sinnvolle Lösungsansätze. Hinsichtlich Schnittdaten kann viel falsch gemacht werden. Wie ihr seht, sind die Resultate je nach Vorschub sehr unterschiedlich. Links ein zu geringer Vorschub, es bilden sich wieder lange Späne. Rechts ein größerer Vorschub, wobei die Späne sehr gut brechen und wieder unter Kontrolle sind. Ebenfalls können mit einer geringen Schnittgeschwindigkeit die Späne eher gebrochen werden. Starken Einfluss hat ebenfalls die Schnitttiefe. Ist diese zu klein gewählt, kann die Spanformer-Geometrie noch nicht richtig arbeiten. Hier sollten wie immer die entsprechenden Herstellerangaben der Schneidplatte beachtet werden. Damit sind wir mal wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Schaltet unbedingt auch zur nächsten Folge wieder ein, dann behandeln wir das wichtige Thema Verschleiß. Bis dahin euer Team von Spanart. Ciao. Tschüss.